Klicken Sie auf Sound-Datei-Manager und wählen Sie in der Übersicht den Punkt Datei hochladen aus. Klicken Sie auf Datei hinzufügen und wählen Sie die hochzuladende Datei aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Öffnen. Wählen Sie nun die Art der Datei. In diesem Beispiel Musik und klicken Sie abschließend auf Upload. Die Datei wird hochgeladen und für die Verwendung konvertiert. Die Datei wurde nun hochgeladen und als Kategorie Musik in der Telefonanlage gespeichert. Durch einen Klick auf das Bearbeiten-Symbol kann diese jederzeit geändert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017